In dieser Phase, in der sich unser Unternehmen gerade befindet, können Herausforderungen zu Chancen werden. Alles beginnt mit einer Idee. Überragende Leistung, ein Elektroauto für die Stadt mit hochmoderner Technologie, entwickelt von BMWi. Wir wurden gebeten, einen Reifen zu entwickeln, der so umweltfreundlich wie möglich ist. Und gleichzeitig das hervorragende Handling bietet, das einen echten BMW auszeichnet. Jetzt ist die Reifenindustrie gefragt, diese Herausforderungen in Einklang zu bringen. Und zwar nicht nur für Bridgestone, sondern für die gesamte Branche. Wir haben eine Menge in die Reifenforschung investiert. Vor allem in die Simulation und Modellerstellung. Denn hier liegt das Geheimnis. Einer allein kann unmöglich einen Reifen entwerfen. Deshalb müssen wir uns zusammentun. Bridgestone verfügt über eine gute Mischung aus Know-how und jungen Talenten. Dieses Konzept der Teamarbeit ist auch einer der Grundpfeiler unserer Philosophie. Die Umwelt gehört zu unseren obersten Prioritäten. Deshalb freuen wir uns sehr, für das Design eines Produkts und eine so zukunftsträchtige Aufgabe ausgewählt worden zu sein. In gewisser Weise helfen wir BMWi dabei, die Ideen, Träume und Erwartungen des Unternehmens umzusetzen und für den Verbraucher greifbar zu machen. Und dieser Herausforderung begegnen wir mit all unserer Leidenschaft, unseren Anstrengungen, unserem Know-how, unserer Fantasie und unserer Liebe zur Sache.